so leute da sind wir zurück bei wet und ich habe schon das ja das training quasi übersprungen und hier direkt gold geholt so wie es sein soll und ja jetzt geht schon direkt auf zur nächsten mission also es weiß auch nicht irgendwie video oder so was jetzt verpasst hat war wirklich nur dieses trainingslevel weil aus den kommentaren ich wurde nicht ganz schlau über die helft hat gesagt mach's und die andere hat gesagt ne überspringt und von daher habe ich das aber übersprungen weil es ist einfach zu zeitaufwendig und das geht von meiner freizeit ab ja da ist ja egal so der äckers wohnsitz die klippe an der küste scheint ungeeignet zum klettern zu sein so ist es es sei denn du weißt wo du anfangen musst du musst im besten der größten felsformation eine kleine öffnung finden das ist der anfang ab da solltest du in der lage sein jo ist klar dass online ich hoffe ich will jetzt nicht aber wenn man hier irgendwie noch fehler muss man alles immer von vorne machen jo da blinkt das mean können kann man sich denken eigentlich und man hört einen affe um den affe zu holen ich mache es jetzt nicht muss man einfach nur da hoch springen und dann hier oben drauf und dann hat man ihn es war so klar es war so klar deswegen hole ich eigentlich meistens den affe weil dann kommt mir das irgendwie mal ein bisschen ungefährlicher vor okay da war der richtige erste fehl glaube ich im gesamten let's play davon auf ein neues so abitur so als wäre das alles noch gar nicht passiert und gehen einfach noch mal hierhin okay da blinkt ja wenn wahrscheinlich minen sein das kann man sich eigentlich denken da oben ist übrigens auch ein affe da muss man einfach wenn man jetzt hier hinspringt ja muss man einfach hier hoch und dann hoch zum affe ich hasse es so dermaßen wir sind auch minen die umgeben wir natürlich schnell da kommen auch so dumme sachen weil ich musste letztes kapitel noch mal machen weil ich auf affensuche war ich habe jetzt schon die troffi bei mir im account muss man jetzt schon hier rüber ich glaube ja dann musste ich mich diese quest wollte ich schon sagen die aufgabe hier noch mal machen und wirklich im letzten moment wurde es hier eigentlich mal kurz zwischenspeichert da bin ich ja noch mal schon runter gefallen und verreckt dann konnte ich schon von unten alles anfangen es war so lächerlich es war so lächerlich einfach nur naja was soll's okay und rüber okay ich zeige euch mal genau die stelle wo ich dann abgestürzt bin da habe ich mich ein wenig verschätzt weil ich habe gedacht hier kann man einfach runterlaufen weil da unten sieht man schon wieder das nächste aber das ist schon ein bisschen weiter weg gewesen so hier speichert jetzt glaube ich ja genau oh nein jetzt kommt ja der kram und schon tot dass das habe ich schon vorher gesehen das hat das hat man richtig gesehen ich bin viel zu früh abgesprungen ich mag dieses kapitel nicht da kommen noch mehr so sachen das ist ein kapitel wo man wirklich immer genau im richtigen moment abspringen muss genau jetzt kommt ja der kraft du okay mal gucken kam jetzt nicht noch eine und auch so lustig wo kann hier hier steht kein menschen okay und kaum geht man hier hoch zack volltreffer ach genau der nächste affe der ist hier unten man geht hier runter dumm 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 oh nein tür da kommt schon jetzt geht das schon wieder los jetzt drücke ich mal wieder langsamer okay dann geht es auf einmal ist echt ein bisschen komisch ich glaube ich habe jetzt so viele punkte verrafft egal so wenn man hier hoch geht da ist das äffchen was war hier gerade noch kisten durch kaputt machen schuss sehr schön aber jetzt kommt wir auch was sehr lustiges durch rutschen auf beide hebel gleichzeitig schießen damit das tor aufgeht und durch ganz lustiges feature eigentlich wie ich finde okay hier war nix und noch mal dasselbe spielchen da kommt die Explosion machen wenn ich rüberspringen wie ich beim allerersten durchlaufen hier sind erst mal 1000 punkte noch versteckt tausend g-punkte aber ein paar trophies von dem game in den 60 milch das ist richtig heftig und es sogar hat es gesehen ich werde schon beschossen und ich kann noch gar nichts dagegen tun und jetzt nicht nach vorne springen das ist der feld nicht sonst immer macht weil dann springt man schön in das drecksfeuer rein ok warum sie jetzt nur so kurz gerutscht ist man weiß es nicht was sollst es geht ab es geht ab man hab ich jetzt da hinten irgendwas vergessen kann gut sein aber was soll's ich bin ich bin ich bin wir haben ich bin nur aus deinem holi krepp kkk jetzt müssen wir an die holi kreppste Hallo was halten die denn aus? Ok die ist noch total underpowered und das Spiel hängt also ein bisschen Zack Zack Doubleheader Geil Tschüssi Hört auch gut an Oh das war falsch Ähm wir müssen Moment eine Quatsch wir müssen ja hier hoch Ach ich bin schon viel zu weit wieder So hepp Mal die Knarren wieder nehmen Ist irgendwas cooles drinne Schuss nehmen wir immer gerne Hier drunter durch sehr schön Ich glaube jetzt hinter mir ist der nächste Affe Aber man hört ihn schon So also nur für die Leute die das Spiel Haben und nicht wissen wir alle sind sage ich das nochmal so ein bisschen Auch wenn ich es in den meisten Parts wahrscheinlich verrafft habe So zack Den Typ schön überrollt Bäm 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 Komm schon Das war's Leute Was cooles versteckt Wow Boah Boah alter mit einer Axte What Ich glaub es geht los Ach genau jetzt kommt ja der Lieblingsteil Ja ja Leute passt auf Dann gucken ob ich es auch zufälligerweise beim ersten Mal hinkriegt Und hoch Man muss da wirklich so im letzten Moment springen Boah ich glaub das war zu früh Ja war klar Oh das ist so lächerlich beim ersten durchspielen Ich bin so ausgerastet ich muss das bestimmt Fünf sechs mal oder so machen weil ich es echt alles nicht hingekriegt habe Ich weiß gar nicht das gibt es doch überhaupt gar nicht Na komm Ja ok Also man ist schon irgendwie kaum noch drauf und dann muss man springen Echt lächerlich aber naja Und irgendwie was Red 2 angeht Ich habe mich auch nochmal ein bisschen versucht zu erkundigen und so Ich hatte jetzt irgendwie nur gelesen gehabt dass die Entwicklung an Red 2 Ähm dass die irgendwie eingestellt wurden leider Also keine Ahnung also ich denke dann eher nicht dass es einen zweiten Teil geben wird Was sehr scheiße wäre Weil das Spiel so übermächtig geil ist Zack 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 Kommt man direkt da hoch eigentlich Warum schieb ich noch weiter Ah ok Coole Sache So Erste Tor schonmal weg Ah das ist nicht so ganz lustig Aber nicht ganz so cool Na komm zack Ach das kann man ja noch gar nicht zu machen Öh Und rüber Bisschen rumschießen Ach da unten ok Mal hinten schießen Sehr schön zack Abwärts Danke Boah der hat eine Pappung Bam Zack so jetzt müsst ihr ja genau Boah Mr. Gatlinger mal wieder Ist mal wieder da mit nem coolen Hero Und natürlich ne Zigarre im Maul Ok jetzt nicht mehr Ok da müssen wir natürlich jetzt wieder hoch So Pumpmaus wählen Obwohl die Pump ist glaube ich ja gar nicht mal so gut für Da sie nicht von der Entfernung Uah So gut reinhaut Ach das geht ja gar nicht Das geht ja nem goldene Kugelmögel Oah Ok jetzt müssen wir nochmal Scheiße ey Der macht so übel zum Damage Und nochmal komm Erstmal die kill Er rennt schon mal weg Und erst down Und der nächste auch noch Nice one Soviel dazu Die Zeit ausgezeichnet Akrobatische kills gut Und ausgezeichnet der Multiplikator Wunderbar Boah 4000 ey Krass Ähm Obwohl mit Trophy ist bringt mir ja in dem Account eh nix Schwertschaden machen wir doch mal ein bisschen mehr Vorher gerade von der Pampe auch Und den Kugelschaden Ach komm Lass mal so Ist in Ordnung Weiter gehts Weiter gehts Das ist auch so unnötig Dass da jetzt gerade noch Zwei Stück jetzt extra kommen Hab ich auch nicht so ganz kapiert was das soll Aber ok Ok Verkackt Oh nein Komm schon geh auf Wie durch ein Wunder sind wir einfach weitergerutscht Ok Leute ich würde sagen ich beende mal den Part Und hier gehts dann im nächsten Part weiter Bis dann Leute